Hallo und herzlich willkommen zu unseren Buchtipps. Heute möchten wir euch den neuen Roman von Val McDermott vorstellen, Rachgier. Im zehnten Fall geht es für das berühmte Ermittler-Duo Carol Jordan und Tony Hill um einen perfiden Serienkiller. Eine verkohlte Frauenleiche in einem ausgebrannten Auto führt auf die Spur eines mehr als raffinierten Mannes, der sich auf tückische Weise die Einsamkeit seiner weiblichen Opfer zunutze macht. Rachgier erschien bei Knauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017